Das ist Dämmerung, ja? Ja okay, aber schon ein cooleres Feeling. Nicht mal die Tageszeiten, Kinder. Oh ja, hier heißt einer Mystic. Mystery und Mystic in einem Rennen. Okay. Krass. Oh, ich hatte diesmal einen schnellen Start, ohne dass ich irgendjemandem gegen gefahren bin. Das ist Schleswig. Ich hatte auch einen schnellen Start und es war einfach niemand vor mir, in den ich reinfahrtgelegte. Hast du gesehen? Ja, ja hab ich. Ah! Oh nein, ich hab Radio angemacht. Nein! Nein! Mach's aus! Mach's aus! Ah! Oh, sorry! Ich hab grad einen weggerammt. Ah! Shit! Was denn? Ich hab ein Fenster geöffnet. Okay, okay, alles cool, alles cool. Oh mein Gott. Oh Mann, Misty. Weißt du was? Ich fahr jetzt einfach. Tschüss. Oh mein Gott. Wir wollen im Diagramm. Ey, es ist heute echt ein richtig schlechter Tag, im GTA Online zu schwimmen, hab ich das Gefühl. Nee, gar nicht, eigentlich. Oh, das Windschatten ist an. Windschatten ist an. Oh, oh, ich werd, ich werd, ich flieg. Oh, 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 Alter. Ich wurde geschubst. Meine Verteidigung. Ja, okay. Legst du jetzt ne Verteidigungskarte? Ich kann, ich kann nicht. Ähm. Ich will nur gerne. Ah, okay. Was denn du? Jetzt geht die Steuerung einfach nicht mehr. Hä? Was? Was ist denn los bei dir gerade? Ja, Mann. Oh Mann, jetzt fährt er wieder. Ja, super. Aber jetzt hab ich doch den Schickpanzer verpasst, oder? Weiß ich nicht. Was zum... Die Störung hat einfach gerade ausgesetzt. Ich flieg hier über alle drüber. Ich bin Platz 2. Das ist jetzt echt ein richtig großer Fail. Du fails gerade voll, ich siege voll. Was? Nein, ich hab nen Checkpoint verpasst. Ich freu mich, dass ich Platz 2 bin, flieg über alle drüber. Und... Ach, Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ähm, okay. Nee, Colbane. Es wird nachher noch... Ja, Don't Stuff Together. Zu dritt. Mit Chris hier und dann noch mit meiner Freundin. Spielen wir Don't Stuff Together um 8. Also wir spielen jetzt gerade noch ein, zwei Ründchen GTA Online. Die die schlimmsten Runden meines Lebens bisher sind. Ja. Und danach spielen wir Don't Stuff Together. Und... Was hoffentlich besser wird, bis wir sterben. Ich weiß auch, wenn das da ist. Ich gucke mir auch, wenn man selten ist, hätte ich gesagt. Nee. Prinzipiell nicht. Ah. Tja. Scheit. Die Folge lade ich auf jeden Fall auch auf YouTube hoch von mir, weil das ist richtig... so ne Fail-Folge. Ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Aber echt. In einem Rennen. Ist halt echt so. Welcher Platz bist du? Platz 11 immer noch? Ja, ja. Dann Platz 9. Dann Platz 9. Okay. Also mich kannst du noch kriegen. Das ist traurig. Liegt zwar noch einer vor mir rum. Aber geht es immer so unkoordiniert rum. Wie ich. Tschüss. Aber ich habe ihn überholt. Aber es wäre Windschatmann. Verdammt. Das heißt, er wird mich gleich wieder überholen. Ja. Konrat. 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 Konratte. Konratte. Ich bin Platz 8 auf einmal. Windschatmann. Da hoffe ich dich überholt. Mich? Nein, nicht mein Konrat. Ach so. Geh doch nicht mit dir, Christ. Okay. Okay. Geh nur noch mit Konrat. Seid. 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 Hast du vielleicht zu fest an Kabel gezogen? Ja. Kann sein. Das dann urplötzlich dann wieder geht, ne? Ja, klar. Hast du denn aus Versehen wieder reingesteckt? Weißt du, das passiert ja manchmal. Ja. Oh, 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 jetzt werde ich hier überholt. Oh, doch nicht. Du kannst Platz 6. Platz 6. Ja, okay. Ja, ich bin Platz 10. Das heißt, man sieht sich bestimmt in zwei Jahren. Ja, finde ich gut, ne? Finde ich gut. Brauche ich dir auch das Wort. Ach, das ist richtig traurig. Das sind so Sachen, wenn du es aufnehmen würdest... Alter, Leute. Was? Wenn du es aufnehmen würdest, du strebst es gerade. Ich sag ja, ne? Wenn ich es aufnehmen würde, ich würde einfach keine Lust, sowas aufzuladen. Das würdest du einfach rausschneiden, oder? Ja, aber sowas können wir jetzt einfach nicht rausschneiden. Also, ich leite nicht nur Runden hoch, indem ich gewinne, ne? Aber solche Runden halt auch nicht, ne? Aber meistens läst du schon nur die Runden hoch. Warum? Ich wollte gerade diese Situation verkacken. Ich habe gerade ein Looping in der Luft gemacht. Sei mal bitte beeindruckt. Guck mal gleich bei mir. Wow. Was ich da gerade verkackt habe. Das war nur so eine gute Situation, um zu überholen. Was mache ich? Ich fahr lieber in den Typ rein. Ja, ich hab's gesehen. Oh, Mann. Ey, Missouri, du bist der Held dieser Runde. Warte mal. Heute läuft richtig gut. Sind nicht alle Folgen von dir? Hey, Akato. Oh, oh. Oh, getest, Alter. So hat er nicht. Ja. Einige Runden, einige Folgen ja. Das scheint kennt er deine Folgen. Aber, ja, ja. Ich merke das schon. Ich werde dir gemopft von den Zuschauern. Von deinen Zuschauern. High Five Gold, Bang. Ja, High Five. Internet High Five. Find ich gar High Five. Alter. Lässt du jetzt das schon deine Zuschauer für dich erledigen, mich zu dissen, oder? Ja, warum nicht? Wie abgehoben bist du denn? Nö. Das ist doch nichts wie abgehoben zu sagen. Jaja, nee, gar nicht. Gar nicht. Ach, Mann, das ist cool. Ey, weißt du, im Gegensatz zu vielen anderen Streamern werden hier die Zuschauer noch richtig involviert. In den Stream. Sie dissen einfach den Stygma. Ja, sie dissen die Leute im Stream. Danke. Ich habe eine tolle Community. Ja, ich merke schon. Ach, Mann. Das weiß ich auch noch. Aber so lange es gegen mich geht, ist es okay. Das sind ja nur Witze. Ja, solange es gegen mich geht, ist es okay. Kein Problem. Mach das für mich. Vielleicht solltest du das gegen mich. Ja, bitte. Jetzt muss es auch ausgeglichen sein, ne? Mist, du drückst nur noch eine Maske, damit niemand deine hässliche Visage sehen muss. Hast du mal so einen Kommentar unter deinem Video bekommen? Nee. Dann muss ich dir mal eins schreiben. Ja, super. Ich bin siebter. Was ist denn das hier? Ist doch kein... Ist das noch nicht fair? Nein! Wie kann ich... Was ist passiert? Ich habe einfach niemanden überholt. Ich war gerade 8er, ja? Ja. Und dann fahre ich einfach gegen diese tränenden Räder. Ich fahre nie gegen diese tränenden Räder normalerweise. Ja, da bin ich gerade eben auch gegen gefahren. Und... Bin jetzt ihm... Mh... 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 Oh man... Ja, eigentlich hätte sich... äh... Marie... Nick erstellen sollen, der Mystique heißt, weil Mystery und Mystique, das passt voll gut zusammen. Das ist richtig gut, ja. Verstehst du? Ja. So... So, jetzt. Was? Oh, nö, kein... Ist doch ein Looping, aber du brauchst gerade auch... Lässt den Kontrollstück los und fahr einfach geradeaus. Goddammit, ich war hier weg. Das hat bei dem heutigen Tag auch nichts zu heißen. Dieses Auto! Das ist furchtbar! Die sind die schlimmsten aneinanderhängenden Autorennen in GTA. Ja, eben. Die werden auf jeden Fall hochgeladen, das kann ich dir versprechen. Wo, 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 schlank! Scheiße! Loki! Welcher Platz bist du? Ich bin Platz 6. Platz 5? Platz 4? Weiß ich nicht. Wir haben sich zwei gerade in den Haaren gehabt. Ey, das dürftet so schnell aus, dieses Auto. Ja, ich sag's doch! Du musst das Ganze nochmal machen. Oh Gott, ich fahr jetzt mal die andere Runde. Vielleicht hab ich da mehr Glück. Hast du diesmal auch die andere Richtung gefahren? Ja. Und? Was sagst du? Ja, ist genau so viel. Ist genau das gleiche. Nur andersrum. Okay. Ich wollt nur hier diesen Loki ausweichen, der mega Runterschubst Bob ist. Du darfst den Kurven einfach null Gas geben, sonst trifft ich da komplett aus. Ja. Krass. Ich bin draußen. Scheiße. Oh Mann. Ich finde Mystique klingt komisch, aber sonst gutes Vorspiel. Danke. Hab ich mir selbst ausgedacht. Ja, genau. Ich spitzkrieg. Aber du gleichst eigentlich mit zwei Kassaktionen, deswegen fährst du halt diese Scheiße, ne? Ja, genau. Aber trotzdem bist du mit Mystique auf dem ersten Platz irgendwie. Ja. Ich konzentriere mich eher darauf. Okay. Hui! Diesen Sprung habe ich verkackt. Das ist so schlimm. Ach, Mann. Ach, das ist einfach cool. Dieses Auto ist so schlecht. Es liegt ja nicht mal an mir. Es sind ja nicht mal die fehlenden Skills. Es liegt nicht an dir. Es liegt am Auto. Ja. Weißt du noch? Es liegt nicht an mir. Es liegt an, äh... Ne. Es liegt nicht an dir. Es liegt an mir. Beste, beste, beste Aussage um Schluss zu machen. Ja. So, so braucht man das, ne? Ja. Dann frag ich mich so, ja und was? Äh, 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 wie, hä? Geht's noch weiter? Ja. War's das jetzt? Oder kommt da noch was? Oh, ich bin 7. Wie das denn? Ich bin 8. Das heißt, ich fände dich schlecht. Wenn nicht. Nein, willst du nicht? Es sind eh nur noch. Also nach der Runde ist es nicht vorbei. Du bist eh gleich im Ziel. Ja eben. Ach, Mann. Da ist das Ziel. Oh mein Gott. Ja. Nee, du hast nicht ins Ziel kommen vor mir. Oh, ich mach. Ehrenrunde. Wenigstens ist es nicht ganz so scheiße wie die jetzt. 100 Meter weit weg von dem Ziel. Ach, krass. Ja Leute, das war jetzt das, ähm, letztes Dunstan für heute. Wir machen jetzt Dawnstarve Together. So sieht's aus und ich bin hier die Aufnahme. So sieht's aus und ich bin hier die Aufnahme.